Es fließt auf unser Tee und da läuft da vorne ein schöner V8. Und der Mann mit dem Paar davon hat dafür gesorgt, dass er auf unser Tee landet, im Original-Sound. Und da wir aber den V8 heute noch hier haben, werden wir heute zeugen, wie unser Kollege Michael Böhnlein den V8 mit seinen Boxen holt. V8. Musik Baby go, go, baby go, go Baby go, baby go, baby go, baby go Baby go, baby go, baby go, baby go Baby go, baby go, baby go Baby go, baby go Danke schön! Danke schön! Vielen Dank!